Die Linke, die SPD grinsen hier runter. Ich sag dir ehrlich, ich seh das gar nicht. Ich seh das gar nicht. Ich lauf daran vorbei, aber ich seh das gar nicht. Repräsentieren die dich? Nee, wö. Man, ich bin 38 Jahre alt, Leute. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin hier geboren. Ich kenne meine Heimat nicht. Das ist meine Heimat für mich. Ich war noch nie in meinem Leben wählen. Aber warum? Nicht, weil ich in dem Job bin oder weil ich keinen Bock habe. Weil ich einfach, weil ich einfach, ich weiß einfach nicht, wer die sind. Weil sie dich nicht repräsentieren? Das sowieso? Und weil sie einfach Interessen verfolgen, die mit meinen nichts zu tun haben. Wer kommt nicht auf? Wer kommt in meiner Welt? Versteht mich nicht falsch. Aber ich sehe mittlerweile immer mehr Leute wie Icke mit Migrationshintergrund, die mich voll haben mit der AfD. Ich meine das jetzt ernst. Naja. Und ich sag jetzt auch, ich sag dir ganz ehrlich, Leute, die, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber Leute, die wirklich enge Freunde von mir sind, die kommen ja mit der AfD. Habib Hassan. Die sagen dem, sie würden selber die AfD wählen? Nein, die werden nicht, die wollen, die werden die AfD wählen. Sie werden die AfD wählen. Weißt du warum? Weil die AfD, okay, Auslands, hier Einreisepolitik und so, das ist alles ein bisschen braun so, aber im Land, ich will jetzt hier nicht die Werbetrommel machen, die AfD. Nein, 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 bitte nicht. Aber ich sag dir einfach nur, so wie es ist, Digger. Und da mache ich mir Sorgen, wenn Leute wie Icke bei mir ankommen und mir erzählen, dass jetzt die AfD wählen wollen. Aber Adi, pass auf, das ist aber auch eine Verzweiflung. Eine Verzweiflung, weil diese Parteien, die ja so, die Altparteien, nur noch Scheiße bauen, die Menschen vor den Kopf stößen, sich die Taschen vollstecken und uns alle für blöde erklären. Und deswegen kommt so eine Scheiße zusammen. Aber nochmal, das ist keine Alternative. Wisst ihr, das ist ungefähr so, als wenn ihr auf dem Baum sitzt und an dem Ass sägt, auf dem ihr sitzt. Das ist übrigens mal, Ja, deswegen sage ich, es ist immer so, du wirst in jeder Partei jetzt mal ein paar Gute finden, mit ein paar guten Ansätzen. Wenn du dir die AfD-Dinge anguckst, die die AfD sagst und das etwa die Grünen sagen, welche Partei ist für dich im Moment oder wirkt gefährlicher? Ich sage dir ehrlich, die Grünen haben so reingeschissen, also mehr reingeschissen kann man gar nicht. So sehe ich das nämlich auch. Weißt du, die AfD, die ist mittlerweile berechenbar, da wirst du, was kommt. Aber für das, was die Grünen versprochen haben oder ihre Wahlplakate gesagt haben, das, was sie heute machen, das ist für mich, buh, richtig schlimm. Und übrigens, das haben schon linke Politiker gesagt, dass die Grünen gefährlicher sind als die AfD. Da muss sich jeder sein Bild machen. Ich mag bloß, man sollte nicht alles unter den ideologischen Denkmallen des Klimaschutzes oder für eine fehlgesteuerte, nicht richtig durchgeführte Migration machen. Ihr müsst erst mal die Probleme lösen, bevor ihr noch mehr Probleme ins Land holt oder noch mehr macht. Wir müssen das Klima schützen, ja, aber wir dürfen dabei nicht auch innenpolitische Interessen vergessen und vor allen Dingen die Bürger in unserem Land. Hier leben nicht Menschen, die müssen heizen. Hier leben nicht Menschen, die müssen ihr Essen bezahlen können. Ihr könnt es bezahlen, weil euch die Diäten erhöht und uns verarscht. Aber irgendwann ist auch mal der Krug gebrochen, den ihr den ganzen Tag zum Brunnen tragt. 000,008.000,008.000.000